Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Das, was ich euch jetzt erzähle. Daran soll Respawn tatsächlich schon arbeiten, es soll tatsächlich auch bestätigt sein. Auch wenn ich euch jetzt hier leider keinen Beweis liefern kann, ich würde es euch gerne direkt ins Gesicht schmeißen. Aber das, was wohl bald kommen soll, wann genau, kann ich natürlich nicht sagen. Ich glaube nicht in Season 15, das ist ganz, ganz wichtig. Respawn soll an einer Arcade-Playlist arbeiten. Ich rede jetzt ein bisschen bewusst um den heißen Brei, weil wenn es kommt, wird der geilste Scheiß seit langer Zeit. Achtung, Fakt ist natürlich, es wird die Probleme, viele Probleme, die in Apex Legends gerade herrschen und Apex verdammt viele Spieler verliert, nicht lösen. Wie zum Beispiel Matchmaking, Ranked System, Server, Sounds und so weiter. Da gibt es bestimmt noch eine Menge. Es wird es nicht lösen, aber es wird Apex ein Stück weit erträglicher machen. Da bin ich überzeugt. Streamer wie ich oder Old Mac Morris, der es auch schon ein paar mal thematisiert hat, die wünschen sich das schon seit Jahren. Wir kennen das Potenzial von Apex Legends. Es gab schon eine Menge Limited-Time-Modi. 22 an der Zahl gab es schon. Und es gab irgendwann eine riesen Bannwelle. Wichtige Mitarbeiter, die freiwillig gegangen sind, die an diesen Modi gearbeitet haben. Und wir haben gemerkt, vor ungefähr anderthalb Jahren hörte es auf einmal auf, interessant in Apex Legends zu werden. Warum wohl, können wir uns alle denken. Jetzt rede ich nicht weiter um den heißen Brei. Die Arcade-Playlist soll nichts anderes sein als eine permanente Playlist, die wir jederzeit anwählen können. Wie zum Beispiel den Arena-Modus, der vor einiger Zeit dazu kam. Und dort soll in einer Rotation jedes Mal, keine Ahnung, ob das stündlich, täglich oder wöchentlich ist, das weiß ich nicht. Aber ich gehe von aller paar Stunden, wird es so sein, dass zwischen verschiedenen Limited-Time-Modi rotiert wird. Von mir aus der Third-Person-Modus. Eine Stunde später, Armed and Dangerous. Dann der Third-Person-Modus, Shadow Royale, keine Ahnung und so weiter. Oder wie gesagt, 22, falls ich es noch nicht erwähnt habe. Es gibt, seit dem Respawn Apex Legends veröffentlicht hat, 22 verschiedene Spiel-Modi. Das ist erstaunlich viel. Mir war echt nicht bewusst. Ich musste googeln, wie viele es schon gab. Ich wäre nicht auf 22 gekommen, aber es sind eine Menge dabei, die ultra geil sind. Und das ist der Punkt, wo ich auch Old MacMorris mit ins Spiel bringe. Der hat es irgendwann vor einigen Monaten thematisiert. Und das hatte ich auch schon einige Zeit vorher erwähnt. Und dass das Potenzial von Apex Legends so verdammt hoch ist. Und es ist doch nur ein einfaches, genau so eine Spiel oder so eine Playlist ins Spiel zu implementieren. Weil diese Modi gab es alle schon. Und da sind eine Menge Sachen dabei, die sich die Leute permanent wünschen. Wo ist das Problem? Und die Geschichte kam jetzt auf, weil der Gunrun-Modus extrem beliebt ist. Und sich viele denen gewünscht haben, permanent und Respawn muss sich da wohl irgendwo versteckt zu Wort gemeldet haben. Und hat durchsickern lassen, dass sie an einer Arcade-Playlist arbeiten, die genau diese permanente Playlist bringen soll. Und das wäre der geilste Scheiß seit einiger Zeit. Das muss ich einfach mal sagen. Es könnte ein bisschen Hype zurückbringen. Wie gesagt, es löst die Probleme. Und es gibt eine Menge Probleme, die gelöst werden müssen, bevor vielleicht diese Playlist kommt. Aber es könnte schon mal ein richtig fetter Schritt in die richtige Richtung sein, bevor vielleicht bestimmte Sachen gefixt werden. Ich weiß es nicht. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Was sagt ihr dazu? Vielleicht schreibt ihr einfach mal eure Top 3 der geilsten Spielmodi rein. Oder von mir aus eine Top 5, wie gesagt 22 an der Zahl. Ich hätte sie nicht alle aufzählen können. Es ist der Wahnsinn. Das war es jetzt von mir. Bis zum nächsten Mal. Tschau.